Ja, präsentier mal schneller! Slender, Teil 2! Hallo, liebe Leutchen! Ja, ich versuche es mal wieder erneut, ein zweiter Teil Slender, nur diesmal spiele ich es nicht selbst, sondern jemand anderes. Stell dich mal ordentlich vor, Mann! Ich wollte einfach nur screamen. Ja, mach du. So, wer bist du, was machst du? Ich bin ein Mettler. Du bist ein Mettler. Und ich spiele Slenderman. Und ich gehe den Slenderman jagen. Ja, wie der das spielt, das ist asozial. Jetzt habt ihr mal einen genauen Vergleich, wie er spielt. Ich glaube, so hat noch keiner Slenderman gespielt. Nein. Eben war hier noch ein Baum. Also in dem alten Durchgang. Ja, komm schon mal. Du hast ihn kaputt gemacht. Oh, San! Natürlich, natürlich habe ich ihn kaputt gemacht. Ich glaube nicht, dass man dich hört. Also hier sitzt noch jemand dabei, das ist die liebe San. Hoi! Also wir sitzen hier gerade zu dritt und gucken diesen Mettler-Typen zu. Eigentlich sitzen wir hier zu zweit und gucken mir zu. Wir sitzen hier zu dritt insgesamt. Aber es sind nur zwei Leute, die zugucken. Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze sein! Sag, das ist Mathe, aber nicht Klugweißen. Ja gerne. Das Mathe kann ich nicht. Mathe ist scheiße. Ey, unten rechts steht ne Zahl. Scheiße, da ist ein Haus! Unten rechts ist ne Zahl, das macht mir grad viel mehr Angst. Er meint die Flaps-Anzahl. Was darf das nicht? Hey, da ist ein Haus. Ja! Nein! Das sieht aus wie bei mir in der Dusche. Stuhl! 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 Hast du die erste Seite schon? Du hast den weg kaputt machst. Das sauber ich grad ausgeschätzt. Er hat den Dünnpfiff ey! Ey, hol den Scheiß! Das ist... war ekelhaft! Ja, kannst du mich jetzt bitte mal erschrecken? Du hast die Seite noch nicht! Nein! Ja, ich will sie doch haben! Ja, dann such! Oh, geht hier grad meine Lampe irgendwie so ein bisschen... Ne, das ist irgendwie immer so da. Keine Ahnung. Ah ja. Dann hoch auf die tolle Grafik. Yay! Toll... Blö! Ich war da jetzt nicht zum Spaß hier drin. So. Okay, hier links war noch... Da muss nicht immer alles was da um Dünnsches zu sehen. Ich glaub hier links war ich noch nicht. Du wolltest Po 7 sehen. Slenderman hat das Po 7 Haus. Oh! Oh, da muss doch einer dringend auf den Knull. Da! Boah! Na, hat mir was gemalt. Schon wieder der Zettel. Immer noch die Zahl unten rechts. So, ich hab die Seite jetzt, komm her. Nein! Ja, ich krieg jetzt doch schon wieder Schiss, ne? Warum kriegst du hier Schiss? Was ist das da denn? Die Decke ist kaputt. Ich krieg Schiss, weil da Scheiß auf dem Boden ist. Sind das da Zahlen in der Decke? Ey, das sind Zahlen. Der ist ein Matheartist. So, wo ist denn der Ausgang? Der scheiß die Zahlen auch am Boden. Das ist dran vorbei. Ausgang. Ausgang war das das. Schon wieder, hä? Hä? Geh nach links. Geh nach links. Wer soll sich denn hier zurecht? Jetzt rechts. Wer soll sich denn hier zurecht finden? Jetzt rechts. Oh, hier. So wie dazu kommt zur Orientierung. Das sieht alles gleich aus. Das ist eine Orientierung wie eine Bockwurst, ohne Scheiß. Na, wenigstens wie eine Bockwurst. Ach, da ist ja noch ein Eingang. Nein, da ist nur eins drin. Du gehst ja nicht nochmal rein. Warum nicht? Da kommst du nicht mehr raus, weil du dich hartnimmst. Warum hast du Angst von einem Haus? Äh, Haus? Klaus. Angst von einem Haus, wo es aussieht wie ein Klo, meine ich. Ja, aber Klaus. Ach, deswegen scheiß der auch. Der denkt einfach nur, das ist ein Klo. Ihhh. Vielleicht war's ein Klo. Ja, bis der kam. Bin ich jetzt schon wieder bei dem... Du bist noch nicht weiter. Sag mal, folgt mir gerade irgendwie das Haus. Du gehst einfach nur in den Kreis. Du gehst um das Haus rum. Dann geh ich jetzt einfach mal schön in den Wald rein. Hier so Black Metal Style. Ihhh. Jetzt müsste ich unten Black Metal Song singen. Mach doch. Ich hör grad keiner einen. Sing irgendwas. Was? Du alle meine Händchen. Ey, das hab ich in meiner letzten Aufnahme schon gesungen. Echtes? Ja. Ja, ja, und der Slender fängt allen in den Arsch. Eww. Äh, Schwuchtel. Äh, Auto. Oh, ein Auto, super. Der hängt Zettel von einer Haube. Echtes? Oh, cool. Hat mich schon wieder was gemalt. Warum hast du schwarz sein oder roh? Hat mich schon wieder was gemalt. Help me. Ja, versuche ich ja. Dafür musst du mich aber erst mal zeigen. Musst du mich zeigen? Ja, dich zeigen. So, komm her, ich helf dir. Ey, cool, da ist er. Jetzt wird dunkel. Komm, komm her. Komm, ich will dir doch nur helfen. Komm, ich bin dein Freund. Echt? Oh, guck mal, da steht da. Ist der hässlich. Dem will ich jetzt helfen. Warum sollte man jemandem helfen, der einen umbringen will? Vielleicht will er mich. Was ist denn jetzt passiert? Was hast du gemacht? Weiß ich nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Der Körper ist kaputt zu machen. Slender. Er hat Slender kaputt gemacht. Husch. Scheiße. Aufnahme missglückt. Scheiße. Ich hab's kaputt gemacht. Ich will aber. Ich auch. Jetzt wollte ich ihm grad helfen. Toll. Wo ist meine Maus? Meine Maus ist weg. Die Maus ist kaputt gemacht. Arsch. Alles kaputt. Oh, ich glaub wir sterben gerade. Was? Jetzt? Ja. Jetzt hast du einfach nur die Großschreibung aktiviert. Nein. Keine Ahnung. So, jedenfalls hab ich hier grad das Spiel kaputt gemacht und danach hat das Slender mit mich kaputt gemacht. Und jetzt. Scheiß Mikro. So. Jetzt glaub ich dir echt. Ich will nicht hoomen. Ich will laufen. Nein. Alter. Sag nichts gegen mein Headset. Das ist pink. Das ist klein. Das ist pink. Das ist pink. Sieht so weiß aus. Okay, Mama. Ja, mein Sohn. Der. Drei Jahre. Alter ist als ich. Ja, drei. Wow, ich kann rechnen. Wow. Wow. Da unten stehen immer noch Zahlen. Wow. Okay, das muss ich jetzt grad sagen, weil das sag ich jetzt besser nicht. Wow. Nicht, wenn's hochgeladen werden soll. Gollum. Das reicht. Nichts gegen Gollums. Gollum ist cool, der screams, ob er redet. So, ich sollte dir eben helfen, ne? Davon musst du aber jetzt herkommen. Haus! Schon wieder das Haus, gut. Vielleicht ist er ja diesmal da. Mit der Kacke. Der Typ ist auch sehr leicht. Hat eigentlich schon mal einer gedacht, dass ich den verfolge? Ich mein, der hat die Tür offen stehen. Der brauchst dich nicht wundern, dass ich einen reingehe. Ach, der Pool ist eingebrochen, so. Dem läuft die Scheiße die Wände runter. Bäh. Äh. 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 Vielleicht hab ich mich wieder verlaufen. Jetzt geht es ja... Äh. Ich spieg hier nicht durch. Da geht es auf der anderen Seite raus. Da geht es wieder raus. Sag mal, was hat der hier denn für einen Scheißhäuser Geschmack? Beschissene Wände. So kommen wir mal was. Ach ja, hier. Da hast du eben was gemalt, komm. Alter, das ist eigentlich so eine Schnitzeljagd. Kann nett sind. Von Ordnung. Ja, diesmal mal damit natürlich nix. Er hat dich nicht mal lieb. Ist doch scheiße. Ich hab den aber lieb. Deswegen gehe ich jetzt zu den. Da sind die Bunker. Da nach vorne. Links und Sterne. Oh, da. Oh, da. Da können auch so Viecher sein. Also so. Was denn für Viecher? So so Kletter. Mit was gemaltem. Mhm. Irgendwie gibt meine Lampe so langsam den Geist auf. Jetzt doch noch nicht. Mach die Lampe nicht kaputt. Meine Herren. Das hat er nicht von mir geerbt. Ja. Du machst dich selber kaputt. Ich mach lieber anderes kaputt. Ich mach lieber anderes kaputt. Ich mach lieber anderes kaputt. Auch manchmal hast du irgendwie Zettelknappheit oder so. Oh weh. Ekelhaft. Was denn daran ekelhaft? Ekelhaft. Der hat vergessen Blätter zu produzieren, um zu scheißen. Der hat sich ein Arsch abgewischt mit den ganzen Seiten. Deswegen hat der keine mehr. Oder hat er einfach keinen Dünnschiss mehr gehabt und hat alles in dem Haus hinterlassen. Der malt mit Scheiße? Das ist ja eh krass. Ich stell mir so vor, dass er irgendwie so eine Kaka-Wurst in der Hand hat. Der könnte jetzt theoretisch gesehen mit Scheiße das Wort Scheiße an die Watt schreiben. Das wäre irgendwie cool in dem Haus. Auch hier und hat mir was gemalt. Mit Scheiße. Can't run. Kann ich wohl. Ich hab die Großschreibetaste. Guck hier. Spass. Ich würde mich besser mal besser beobachten. Der ist dir die ganze Zeit nicht hinterher gelaufen, weil du noch keine Seite hattest. Ich hab Angst. Wow. Was war das denn? Angst. Das war Angst. Hat der jetzt irgendwie eine Störung in dem PC-Wildschirm gemacht? Mach mein PC-Net kaputt. Der wollte dich in die Arsch bumsen. Ich bin homophob. Folgst du mir jetzt etwa? Homophob und heterophob oder was? Nee, heterophob nicht. Bist du eine Frau? Bist du eine Frau? Baaah. Finde ich nett, doch gut. Was, wenn der Typ eine Frau wäre? Wenn der Typ eine Frau wäre. Der hinter Brüste. Da ist eine Röhre. Wo ist eine Röhre? Da vorne. Super Mario. Ja, da, ja. Ja, renn nach vorne. Du musst da rein. Geh nach da. Da ist der Eingang. Ach ja. Ach du, der kann da drin sein. Jaja, dann war er bei mir daheim schon mal drin. So, auf die Röhre. Tschu, tschu, tschu. Tschu, tschu. Tschu, tschu. Tschu, tschu. Tschu, tschu. Tschu, tschu, tschu. Tschu, tschu, tschu. Tschu, 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 tschu. Tschu, tschu. zu kritisieren so ich verlasse den underground hast du mich lieb hat aber so lange arme wer weiß wo die landen hallo was pedo nein hallo genau hier läuft pedo wer durch den wald ich hab mir die candys geben wenn die wenn die andy an die hand nimmt sexuelle belästigungspannung das sind die spiele wie man sich fragt wie bin ich eigentlich hergekommen da vorne da bei meiner letzten aufnahme bin ich da doch voll verregt habe ich geschrieben aber ich mal das ist einfach so eine frage wer bin ich überhaupt und warum bin ich hier weiß ich nicht es gibt jetzt eine vollversion von slender das hier war so was nur wie eine demo und die vollversion das ist halt hat hat halt richtig gute grafik und so hat mich schon wieder was gemacht und kann immer noch etwas hast du mir schon mal gesagt du wiederholst dich das ist das gewissen wo sie abgefragt sind wo ich abgekackt bin nicht wir du warst nicht dabei nein das bildchen meine ich jetzt nicht ach so abgekackt ja da ist ja ein zaun ja ach da kann da ist nix da hat der entwickler einfach keinen bock mehr zu programmieren ja da ist ende ende im gelände ha 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 kaputt ist es ist so gut es ist mir Mario genau wenn er mich anguckt sag ich einfach nur 42 die antwort auf alles ha 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 ey wenn fraps unten rechts 42 answeckt kann mir nix mehr passieren ha 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 nur schade dass es nur bis mindestens 32 geht im moment ja ja wir werden gefickt von fraps von fraps fucked by fraps fucked by fucking fraps fucked by fucking fraps fuck slenderman was fucking standing behind me oh tatsächlich oh du bist doch scheiße auf englisch zu können fuck ich bin in deutschland man nicht im englisch unterricht so in england ja leider ja nicht das sind unbedingt in den land in den land bist du immer noch da nein jetzt ist er vor dir er ist scheißen gegangen in sein scheißhaus meine scheiße äh fresse ich dachte gerade sein Kopf ging auf den Boden ich hab voll die Paranoia bei dem Spiel irgendwie hat jeder voll die Paranoia ja ich ich bin einfach nur ein junger hier ich hab gerade Einbindungen überhaupt ach ja hier war ich ja schon mal ja da hast du dein Geduld gefunden ja oh da ist er ja Alter dieser Boom auf einmal da Effekt Mann ich hasse ihn guten deutsch nur mal so sagen ja sehr guten deutsch ich wissen das ich hab gute Grammatik gurdeutsch und so ne meine Lampe langsam kaputt gehen dann mach es aus das Kleiner fickt sie und sowas hält man dann in der Hand Ich hab mich gerade nur wegen deinem scheiß schreier schreckt Ich erschrecke mich die ganzen... Ich erschrecke mich immer nur, weil er nicht so laut schreibt, wegen dem Spiel doch nicht. Mein Miep! Da ist eh noch ein Spiel, da ist alles virtuell. Scheiß drauf! Auch da ist er. Ja, Alter! Wenn der auf einmal da steht, das erschreckt mich, oder wenn's BOOM macht. Der Mom hat mich ganz erschreckt. Er ist wieder weg, er ist wieder weg, jetzt wieder hier. Der respawn gleich vor dir. Ja, der ist immer am respawnen. Das ist der Endermade von Minecraft. Also wenn du schon mal hier bist, kannst du auch gleich ein Bildchen malen, ne? Kannst mir direkt die Hand geben, da bin ich wenigstens fertig. Genau. Nee, am besten alle acht Seiten. Dann kann man ihm helfen. Dann kann man ihm helfen. Nachdem man die acht Seiten gefunden hat, kriegt man so ein Tageslevel, hab ich gehört. Dann hör rein. Also in den Slenderman. Da ist die Tür vorher schon auf. Ich dachte schon, wie der sich in dem Scheißauto drin! Nen! Ist ja nicht interessant, denn auch mein Auto fahren zu sehen. Nennen! Nennen! 13 065. 50! Ihhh, Zahlen! Ehhh, Zahlen! Ehhh, Zahlen! Ey, an dem Haus kann auch noch ein Zettel wappen, ne? Achso. Das müssen wir genau neben dem Zettel stehen. Zettel. 1904. Gitter. Kaputte Reifen. 50. Hier war ich schon mal. Also die Leute pflegen den Wald auch nicht wirklich. Beschützene Häuser. Beschützene Häuser. Das schiebt ja immer nur dumm an, kommt und jetzt sagt, was er will. Das ist nicht jeder, was am 8. Und ein Zaun. Warum hinterfragst du das Spiel? Mir macht das immer noch Angst. Mir nicht. Mir schon. Ja, toll. Aber wenn ich nur zugucke, ist es zwar nicht so schlimm, aber trotzdem habe ich Angst. Spiel du das gleich mal? Nicht doch mal! In der nächsten Aufnahme spiele ich das vielleicht nochmal irgendwann mit dir als Beistand. Jetzt ist aber doch. War so klar. Ey, du bist aber noch weit weg. Oh. Jetzt kommt er näher. Sag ich, dabei will sie dich mit der Taschenlappe verweilen. Die ist aber mir und die kriegt er nicht. Ja. Oh mein Gott. Ah. Help me. Sicher nicht. Ja doch, ich werde dem Typ helfen. Ich helfe doch kein Daniel. Ja, dem werde ich helfen, ne? Ja, wir sind auf einer Sozialschule. Wir müssen dem helfen. Müssen sie nicht, wir können. Wir können und wir müssen. Und wir wollen. Was wollen wir? Mau, arm! Was für geil? Der will auf jeden Fall meine Taschenlappe nehmen. Aber der kriegt er nicht. Ich dachte gerade, da hätte irgendjemand was in den Baum gemacht. Das sieht immer noch so aus. Das sind Pilze. Das sind Schimmelbäume. Der hat da drangestrullert. Bäh. Putzau. Muss ich an den angepinkelten Schnee denken? Nein! I! Achso, ich will immer noch testen, ob ich meinen Namen in den Schnee pinkeln kann. Ah! So, dann hab ich mein Name schreiben. Ich hab mir so kleine Grundschule Kinder vorbei. Guck mal, heute lernt ihr schreiben. Pinkel. Heute lernt ihr auf Klo zu gibts. Und schreiben gleich noch in einem dabei. Wow, habt ihr heute viel gelernt. Pinkeln und Schreiben. Zaun. Also die Lampe ist auf jeden Fall schlecht. Doch der scheiß Zaun. Fucking Fensch. A fucking Fensch is fucking standing fucking beside me. Fuck. Befight me. Ey! Befight me. Halt die Schnauze, du. Schnauze. Die Schnauze. Die Schnauze. Du triffst den Dildo in den Arsch geschoben. Ich schreiß nicht, Tommy. Ah! Ah! Mann, dich hör auf zu schreien, ey. Ah! Da, davor hätte man sich echt nicht erschrecken können. Ich bin schreckhaft normalerweise. Ich nicht. Ja, dich, du Typ, ey. Dich erschreckt auch gar nicht. Ich bin ein Mettler. Ja, ach. Ich bin eine Mettlerin, aber nicht so extrem wie du. Keiner ist extrem wie ich. Fuck! 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 Puh! I'm fucking walking to a fucking forest! Scheiße! Fuck! Slenderman! Hey! Oh Slenderman! Hey! Was ist denn da? Oh, 42. Da steht 42. Komm her, ich hab die 42. Du kannst mir gar nichts. Oh doch, der kommt mir doch. Klo. Klo. Das ist das Klo. Du warst irgendwie die ganze in die gleichen Richtung. Hier hieß ich dir auch alles gleich aus und ich sehe nichts. Der Baum ist cool. Der Baum ist echt cool. Das sieht aus wie das beim Rollenspiel. Roll den an, vielleicht fällt der um. Ich hoffe jetzt einfach immer weiter geradeaus. Auch hier war ich doch auch schon. Sag mal, hast du ne Karte für mich? Ja genau du. Ich dachte krass, der Gesicht wäre ein Zettel. Vielleicht hat er... Vielleicht hat er... Vielleicht hat er... Slenderman besteht aus Papier, der ist so ein Origami-Fuzzi. Ne, vielleicht hat er den letzten Zettel in der Fresse. Und du musst den voll einer aufs Maustelle, den Zettel zu kriegen. Wenn der wüsste, ich komme eigentlich aus Trier nach. Das heißt, ich kenne mich mit sowas aus. Ey, du sollst die Gegner nicht sagen. Hey, wir sind auf YouTube. Na und? Okay. Also wenn ihr hier den Typen, der hier gerade Slender spielt, Mastorocken wollt, der wohnt in Trier. Wohnt bei Trier. Wohnt in Trier. Jetzt bei. Irgendwo. Irgendwo um nirgendwo. Irgendwo um nirgendwo. Ich wohne auch in so einem Wald. In so einem Kass. Stimmen verstellen for the win. Scrum for the win. Yeah. Ja, gleich ist die Taschenlampe ganz im Arsch. Dann musstest du sie neu machen. Geht doch nicht. Oder siehst du hier irgendwo so einen Hehler Baumarkt oder so. Ja, guck mal so. Komm die Hecke. Ey, vielleicht ist Slenderman einfach nur ein Lampenverkäufer. Die ist kaputt. Ey, wie teuer ist die? Du hast die kaputt gemacht. Ja, die ist nur noch hell, wenn ich es so mache. Jetzt gehe ich nach oben, da steht das Slenderman. Ne, doch. Baum. Baum. Baum, Mann, schreitet zu Tart. Hoi. Ein Slender. Der rapet dich gleich von hinten. Der schon ganz erregt dich so richtig hart dran zu nehmen. Warum ist das so dunkel? Als Slenderman auf Mettler steht. Also dürfen das Slender nur von Mettlern gespielt werden? Weiß ich nicht, jedenfalls will er mich gerade von hinten nehmen. Und ich bin ein Mettler. Dann ist er schon wieder. Dann hat's gekrisselt. Dann ist er echt, wie kann er von der einen Ecke zur anderen Ecke so schnell kommen? Äh. Der hat lange Arme. Ih, wie kann er da hinkommen? Erscheinen. Der will jedenfalls gerade kommen, aber nicht mit mir. Voll gegen Baum sein. Strohlemann Baum. Okay. Hey, meine Lampe ist aus. Und geht doch nicht mehr an. Ist ja cool. Ich sehe nichts mehr. Fuck. Baum. Rappimmel. 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 Ich brauche eine Lampe. Komm mal her. Komm, du strahlst nochmal so schön. Okay, Musik macht er schon mal. Ja, sehr schön, dass ich... Obwohl hier... Ich sehe wieder was. Wow. Himmel. Himmel? Himmel. 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 Was bist du? Ah, das sind die Tanker. Ach so, das sind die Tanker. Ich bin ja schon wieder hier. Diesmal darf ich nach links. Ih, du bist links? Ah. Oi. Ah. Ach man. Was? Hallo. Irgendwie hat er gerade so seine Arme so gemacht. so seltsam. Wie so eine Schlange. Aber naja, okay. Spiel du das mal. Nein, ich will das jetzt nicht spielen.